Was halten Sie von Pornografie? Wissen Sie, wenn Sie mich bumsen wollen, sagen Sie es doch gleich. Nein, im Moment kann ich leider nicht, es ist viel zu kalt dazu. Was sind Sie von Beruf? Schülerin. Sind Sie noch Jungfrau? Also solche Fragen, wir können es ja mal zusammen ausprobieren, dann werden Sie es schon feststellen.